Willkommen auf Gutscheinrausch.de. Heute wollen wir euch die mobile Anwendung Brands for Friends vorstellen. Das ist ein sehr sehr großer, ehrlich gesagt sogar der größte Online-Shopping-Club für Mode- und Lifestyle-Produkte. Also es wird da nochmal ein bisschen unterteilt, nicht generell Shopping, sondern hier geht es wirklich um Mode. Und das Besondere hieran ist, dass die Registrierung erstmal kostenfrei ist, aber es gibt den ganzen Tag über aktuelle Aktionen, bestimmte Angebote. Hier wird auch angezeigt, was in der Zukunft kommt. Man kann im Outlet einkaufen und man hat so ein paar Vorteile, um wirklich wahnsinnig viel Geld zu sparen. Also es ist jetzt nicht so, dass man mal die Versandkosten spart oder dass man mal 5 Euro Rabatt bekommt. Hier kann man wirklich verdammt viel Geld sparen und das zeigen wir euch auch einfach mal. Wir gehen jetzt mal hier auf ein Angebot und hier sieht man zum Beispiel was. Winterjacke für 79 Euro statt für 249 Euro. Und die kann man sich hier natürlich anschauen und so sieht das Ganze aus. Es gibt dann hier die Möglichkeit die Größe zu wählen. Da sieht man auch wie viel verfügbar ist. Hier zum Beispiel nur noch eins, weil das natürlich manchmal Restposten sind. Also es sind keine Sachen, die nicht mehr getragen werden können, sondern weil es halt vielleicht die Fuhre gerade zu Ende ist und so. Also da gibt es dann nicht immer unendlich viel auf Lager. Ist natürlich immer alles, solange der Vorrat reicht. Gehen wir nochmal kurz zurück auf diese Schuhe hier. Und da schauen wir uns einfach mal einen an. Und wenn man hier auf Größe klickt, sieht man wieder, die sind fast alle ausverkauft. Da ist noch eine verfügbar. Und wenn man da mal auf den Preis schaut, was haben wir? 89 Euro statt 170. Da ist natürlich klar, dass man natürlich immer ziemlich schnell sein muss. Und aus diesem Grund gibt es auch die zweite Kategorie. Man kann sich nämlich hier genau anschauen, was kommt denn eigentlich demnächst. Hier zum Beispiel startet am Sonntag, den 26.01. um 9 Uhr. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, ganz einfach direkt dann da zu sein. Man kann das Ganze hier auch noch vormerken. Wenn man sich das Ganze mit dem Kalender speichert, finde ich nicht ganz so sinnvoll. Aber wenn man sich erinnern lassen möchte, okay, auch hier kann man natürlich schon eine kleine Vorschau bekommen. Also hier sieht man immer, worum es ein bisschen geht. Karneval war gerade eben was. Und ja, da sieht man natürlich, wann man hier dringend da sein sollte und auch möglichst schnell. Denn so viel ist nicht auf Lage, aber wenn man was bekommt, spart man ziemlich viel Geld. Es gibt dann hier noch den Outlet. Da kann man sich Produkte anschauen. Nach Kategorie gefiltert für ihn, für sie. Nach Marke gefiltert. Da sind einige mit dabei. Nehmen wir einfach mal Big Star. So sieht das Ganze dann aus. Kann man sich hier anschauen, die einzelnen Produkte. Auch die sind reduziert. Aber wenn man jetzt hier auf die Größe klickt, sieht man im Outlet, oh, da ist jetzt nur noch einer verfügbar. Also da muss man dann immer ziemlich pünktlich sein. Es ist kein klassischer Online-Shop. Es ist ja auch hier ein Shopping-Club in dem Sinne, wo man eine Menge Geld sparen kann. Und die Produkte sind nicht immer unendlich viel auf Lager. Es gibt dann hier noch den Warenkorb. Der ist jetzt noch 13 Minuten und 6 Sekunden gültig, weil dementsprechend schnell muss ich bestellen, weil sonst wird der Warenkorb wieder geleert und der Nächste kann halt die Sachen wieder einkaufen, damit das nicht blockiert wird oder so. Man kann dann hier die Lieferadresse angeben, muss natürlich noch die Zahlungsmodalitäten hier festlegen und das war dann auch der Warenkorb. Es gibt dann hier noch den Reiter Gutscheine. Dort kann man Gutscheine bekommen, wenn man Freunde registrieren lässt, also über den eigenen Link. Und im Bereich mehr kann man dann noch auf sein eigenes Konto zurückgreifen, Bestellungen anschauen, Benachrichtigungen einstellen und so die üblichen Sachen. Insgesamt für euch Sparfüchse, also wirklich eine ziemlich coole Anwendung. Schaut einfach mal vorbei. Ich denke, da ist für viele Leute was dabei. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.